Ja hallo und willkommen zurück bei Nachtmastraum mit der achten Folge von Mittelerde, Schatten des Krieges. Ich bin immer noch in diesem neuen Gebiet, ich muss grad mal gucken wie es heißt, ich vergesse den Namen jedes Mal, Sirid Unghul. Und in dem Part werde ich mich dadurch bemühen alle Sammelgegenstände aufzusammeln die es hier gibt. Damit fange ich jetzt mit dem Turm hier an und dann gehe ich Schritt für Schritt in der Umgebung alles abklappern. Damit ihr auch seht wo alles liegt. Also ich werde nichts auslassen in meinen Folgen, versuche schon 100% zu reichen. Ob das klappt kann ich nicht sagen. So dann suchen wir mal alles ab, vibriert es ja schon. Eieieiei. Eieiei. Eieiei. Das war gar nicht wo wir anfangen sollen. Ja die Richtung scheint zu stimmen. Kondorisches Artefakt, gut. Ah im Haus anscheinend. Etilidien. Na da ist da noch was. Ah da. Erinnerungen an Kankras. Erinnerungen. Oh. Da. Noch ein Artefakt. Ah ja ist ja alles vollgestopft mit Zeug. Wird länger dauern hier alles zu finden. nochmal Etilidien. Na. Es sollte hier unten eigentlich irgendwo sein. Da. Und dann fehlt uns noch ein. Genau. So. Oh. Oh. Ja. So. Haben wir den Turm mal fertig. Was ist da unser nächst liegender Punkt? Das wäre hier. Dann gehen wir zuerst mal dahin. Und das ist da unten. Rein ins Getümmel. Ohne Rücksicht auf Verluste. Hallo. Oh. Tut mir aber so leid. Es ist doch egal ob du was gesehen hast. Die sehen immer vieler. Machen nix. Er nannte mich sein Schusstier. Und ich ließ ihn gewähren. Er lobte meinen Hunger und nannte ihn Leidenschaft. Das da ist immer ein bisschen tricky finde ich. Nun lebe ich in der Dunkelheit am Rande seines Reiches. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schneller als erwartet ging es. Eine Spinne wartet immer und lauert. Aber auf was? Ja auf was lauert und batet sie? Wahrscheinlich auf die nächste Fliege. Zumindest meine Spinne hier. So. So. Nächste zählt wäre. Hier. Hier. Hier noch. Etidin. Die muss ich mir auch noch mitnehmen. Na ist einiges zum einsammeln. Das wird ein bisschen dauern. Und los. Was? Da müsste hinten noch eine Quest sehe ich gerade. Hi. Bin ich gerade mitten in eine Versammlung reingeplatzt oder was? Glatsch. Und weg damit. Glatsch. Komm da her, ich mach euch alle fertig Die Zeiten Oh Mist Yeah Platsch und Hopf, ab Aua Oh, das gibt's doch nicht Die Zeiten, wo ich so leicht sterbe, sind vorbei, Leute Wo sind sie dann? Oh, noch ein Boss Komm her Leck meine Komm her Oh, der Armmann krieg ich dich Ich hau dich klein Und ins Gesicht Du Drecksack Komm her Oh Leck mich am Arsch Damit hab ich nicht gerechnet Ich bin nicht außer Atmen Ich bin nur bescheuert Als ich noch von hinten noch beschossen werde Da hilft nicht, ne Scheiße Jetzt hat er es versaut Oh, wo kommt denn der her? Ich war es nett Danke, Herr Feldwebe Das war echt nett von dir Ah, diese Bohrungsschätzen, ne Aber jetzt weiter zu meinem Artefakt Eigentlich wollte ich nur damit mal zeigen, dass ich das Spielsystem Ja, ich will jetzt aber eigentlich jetzt inventar Ja, ich hab ein neues Equipment Sobald du die Herausforderung abgeschlossen hast Sobald du die Herausforderung abgeschlossen hast Ja, ja Hab ich doch schon die ganze Zeit Das neue Teil ist ja schlechter als das alte Neue ist ja nur episch Mein altes ist legendär Und Wie gesagt, mit dem abschlachtenden Gegner Da wollte ich nochmal zeigen, dass ich es doch ein bisschen geübt habe Dass ich es doch einigermaßen besser kann Es wird, es wird Dann machen wir das hier Dann laufen wir da rüber Und dann warten wir uns zum anderen Turm Oh, dann lassen wir noch eins Muss ich eine Route abstecken hier Dann kann ich nicht quer drüber laufen Muss ich natürlich noch außen rum, ne Ist klar Gut, dass der so flink ist, ja Lauf, 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 lauf Ne, 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 ne Schleicht niemand Ist alles cool Da drin, ne Meistens haben die Häuser eh kein Dach Haben überhaupt irgendwelche Häuser hier ein Dach Ah, toll Sie ist trotzdem nett Was ist denn der Scheiß? Ich Moin So, wo ist jetzt der Scheiß da? Jetzt klettert doch da hoch Stell mal die epische Rolle hier, ne Ich wüsste es wirklich gerne, wo das Abzeichen da ist Weil ich es sehe es, ne Nein Au Das killt ja mich, ne So ganz cool nebenbei Ja Kann ich Kann ich verdienen, so Man, der kann aber gut reden Hat der mich jetzt schön weggerotzt, weil ich Wie immer, inkompetent bin Es muss jetzt nicht sein Wurde eigentlich nur schnell die Sammelitemps einsammeln Aber nö Ich muss ja immer schön einen auf dicker Hose machen Ja, gib zum neuen Chef Passt der Schwätzer, ja, passt So Ich versuche mal hier von vorne anzufangen Wo sind wir denn überhaupt Ne ernsthaft, wo sind wir, ah da Dann gehen wir jetzt erstmal da hin Und dann nochmal den Weg Ab Hab ich eben gerade das Objekt der Begitte nicht gefunden Oh, den Palantir kriegen wir bestimmt noch Bin ich sehr zuversichtlich Das ist schon wieder Im Haus Ach ne, stimmt Das ist ja so an der Wand Ach, ich bin ja auch doof Ne Hätte ich einfach nur eine Geisterbision gucken müssen Dann hätte ich es gefunden Brille, scharf gestellt Wenn man die ja alle findet Bekommt man hier wahrscheinlich im Gebiet Wie im letzten ebenfalls Ein zusätzliches Questchen, ne Ist ja nicht das hier, oder Was haben wir hier Ne, das ist nur eine normale Quest Das hier wird Jedenfalls gab es ja dann einen Höhleneingang Im letzten Bereich Ich nehme an, das wird hier genauso sein Mal die ganzen Wörter zusammen Ich habe es vergessen Ach, ey Hoch mit dir Da ist es Ach, jetzt kommt Brille, scharf stellen Und das nächste Ziel war das Wo ich eben gestorben bin Das war das, ne Hallo Komm da, schaffst du Ach, du bist gar nichts Ne, das war doch hinter, wo ich eben war Ben Ach, vorhin Mir hat doch Ben gestanden Nix von Für ihn Ich wüsste echt gern Wo da eben war Wo ich gestorben bin Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr Mal jetzt hierhin Oh, komm zurück Der Panik Ah, Geysire Könnt ihr mir den Arsch wegbörnen Und ein Artefakt mehr Was wäre das nächste auf meinem Ziel Ein bisschen rauszoomen hier Da, ne Die Spinne Dann ist doch noch ein Turm Dann erst zur Spinne Dann einen halben Kreis Ja, einen Halbkreis laufen Hochlaufen Zum anderen Turm Obwohl ich bin gerade sehr nah an dem Turm, ne Dann habe ich mal nachher die Lauferei gespart Komm, erst zum Turm Dieser Grock riecht widerlich Doch für einen Uruk Ist das Ambrosia Ambrosia Oh, oh, Köter Die wollen nichts Gutes Nimm ich mal an Nein Wir auch, ne Bäune ist der Turm Das Objekt meiner Momentanen Begierde Hey Kann übrigens auch sein Dass das Objekt Was ich eben mit gefunden habe Gefehlt hat Weil es Feuer schon eingesammelt hat Ach, ne Drohnerrollen Oh, noch jede Menge Von dem Zeug Mein Plan, das in einer Folge zu schaffen Wird wohl nicht Na, wo ist es dann Auf jeden Fall wird mein Plan Ist in einer Folge alles einzusammeln Glaube ich nicht Klappen mal Das ist einfach viel zu viel Jetzt schon Auf der zweiten Wird schon gerade sagen Da fehlt da noch einiges Jetzt geht er durch die Felswand Durch, dieses Auge So, jetzt hält man noch Ne Da Das war's Haben wir alle Fähigkeitspunkte erhalten Sehr schön Da wird's schwer, ne Hoch in die Festung runnen Die Artefakte holen Klingt nach Arbeit Oh Gott, der ist überall noch, ne Auf der rechten Seite hier Alles voll Dann gehen wir erst In die Festung Die wird bestimmt sterben Ganz sicher Nicht, dass ich's provozieren will, aber Ich kenn mich Und Oh, dann hätte ich Verhören können Nicht hoch, rüber, 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 rüber Hochkrumm, das geht auch schneller, oder? Der Mann braucht auf jeden Fall eine neue Brille Das ist ganz sicher So, nächstes Ziel Das, ja Artefakt Hi Und da geht's abwärts Ob er den Sprung schafft über die Klippe Na, er traut er sich gar nicht Hallo Hat's ein bisschen gelackt, dann also kann das sein Oh, mach ich Was macht er dann da? Also manchmal ist die Steuerung echt komisch Manchmal spinnt die Steuerung total Ja, ja Und als weiter Ein schlechtes Omen aus dem Himmel Minas Ithil war verdammt lange bevor der Mondstein auf die Erde stürzte Der Mondstein Komm ich da hoch Och, jetzt kommt's schon, ey Auf einer Wand lang zu rollen Wenn man sich ein bisschen beeilen will Geht der mir voll auf den Sack Ich muss da ganz in die Festung ganz so hoch rein Moin Gleich geht hier glaube ich der Punk ab Ja, irgendwie hab ich das Gefühl Das wird gleich böse hier enden Jetzt haben sie ja schon mal Alarme ausgelöst Und ich häng ja in der Wand drin Hallo Hallo Da kann ich gar nicht höher, ne? Kann das sein? Ich glaube er kann nicht höher springen Also ich hab da so die Maximalhöhe erreicht anscheinend Aber wenigstens haben wir das Objekt Ja, ja Den Ring kann ich dir schenken Und dann Wapp ich mich mal nochmal zurück zum Auge da hinten Geh noch die vier da in der Ecke einsammeln Und den Rest hebe ich mir dann für die nächste Folge denke ich auf Einmal diese schöne Ladezeit Nein, noch nicht Ich bin doch nicht fertig Ich bin am Ich wollte schon gerade sagen Ich bin am falschen Auge Wir haben in Sauron zwar einen gemeinsamen Feind Doch sie ist nicht unsere Verbündete Und gut gearbeitet Nach dem Maßstab der Menschen Oh, die muss ich töten Das steht einfach zu cool, da So, unter mir Fangen wir hier Geht doch 5 von 6 Hier ein Artefakt Nicht weit von hier Wie, du kannst jetzt nicht da hochklettern Manchmal Will er nämlich nicht so, wie ich das möchte Dann geht er mal voll auf die Nerven Mit seiner Zickigkeit Hi Ach, du Armer Sehe ich auch wieder in einem Scheiß Gebiet Was der so alles glaubt Da hat sich doch nichts bewegt Ganz da oben ist es Wahnsinn Ich kann Och, jetzt haltet die Klappe Das Arm wieder hoch Wie komme ich denn da am besten hin Ah, da ist noch einer Ah, da ist noch einer Ist sogar noch ein Bogenschütze am Einsatz Trotzdem weiß ich nicht, wie ich da hochkomme Weil einer Felswand macht da nix Der Herr Da ist ein Seil, Moment Das könnte klappen Wenn ich schon mal gerade da bin, kann ich ihn noch verhören Joa, gib mal Informationen Pat, der Schwätzer Muss ich noch töten, die Drecksau Oh, das tat bestimmt weh So, jetzt da Rüber an das Seil Und von da aus Kommen wir auch dahin Hallo Du Bogenschütze Oh Hu, geschafft Ich stehe direkt neben da Kronenhebsen und Selbststoff So Und dann Nächste Folge Machen wir hier weiter Und die restlichen Sammelt-Items Und dann gucken wir uns noch die Aufträge an Ich hoffe, ihr seid mit dabei Bis zum nächsten Mal Macht's gut